Der Markt für Elektroautos in Europa kommt nicht in Schwung. Und die Branche steckt bereits in der Krise. Ein Beispiel dafür ist das Audiwerk in Brüssel, ein im Jahr 1948 gegründetes Werk, das mit modernsten emissionsarmen Technologien renoviert wurde. Doch nach 2025 wird die Produktion des Elektro-SUV Q8 e-tron, des Flaggschiffmodells des deutschen Automobilherstellers, eingestellt werden. Die Gewerkschaften sind in Aufruhr. Sie fürchten den Verlust von 3000 Arbeitsplätzen und weiteren 1000 in verbundenen Industrien. Streiks sind in Planung und die Hersteller stehen in der Kritik. In der Zwischenzeit sucht die europäische Politik nach Lösungen. Darunter Zöller auf chinesische Elektroautos, die viel billiger sind als die europäischen, sowie stärkere Investitionen in die Industrie. Es braucht wirklich ein Plan viel ambitierter der Räindustrialisierung. Es ist nicht nur via die Protektionismus und Protektionismus. Demain, wir haben die europäische und europäische Unternehmen zu werden, zu werden, hier zu werden, und zu werden. Es braucht auch eine politik globale, auf die Fiskalität, aber auch auf die Formation des travailleurs, auf die Unterstützung des travailleurs, auf die Recherche und neue Technologien. In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 wurden in EU-Ländern etwas mehr als 902.000 batteriebetriebene Elektroautos verkauft. Das sind nur 12,6 Prozent der Gesamtverkäufe. Benzinautos bleiben weiterhin der Verkaufsschlager.